Das ist relativ langweilig, es ist gut, die Kerze einfach so mit einem Schlecher zu halten, bei den Lernern zu machen. Wir müssen was anderes hier noch mit, und zwar, das Ganze mit Wasser und ein bisschen Karium. Das sollte einfach nicht ganz gut gehen. Ich habe noch was so positioniert, woher hat es wunderbar gekürzt. Ich habe es schon mal sehen. Ich habe es schon, und zwar den Wasserstoff, aber sonst. Ich muss mal etwas vorziehen, weil sonst der ganze Wasserstoff aus dem Ballen geht. Ich habe es schon mal sehen. Ich habe es schon mal sehen. Vielen Dank. Wir haben eine Schallwelle von hier und eine Schallwelle von da und im Rohr interferieren wir miteinander. Wir haben an bestimmten Orten einen höheren Druck und an manchen Orten einen geringeren Druck. Wenn wir das Ganze hier noch ein bisschen mit Gas voll machen, dann kann man die Schallwelle wunderbar darstellen. Wir wollen jetzt hier den sogenannten Schnellwelle durchmachen. Wir haben hier unten die Spiegelflüsse und das braucht man hier gleich mit Reins. Das ist so wie ein Gaskartonschluss für den Warnspender. Wenn wir das hier reinziehen, dann können wir ein bisschen Verdampfen lassen und dann anzünden. Und dann haben wir erstmal einen schönen optischen Effekt und wollen auch einen schönen Rüstung-Effekt. Wir brauchen natürlich auch mal wieder eine Pfeile, die wir das Ganze da reinfüllen. Wir brauchen natürlich auch mal wieder eine Pfeile, die wir das Ganze da reinfüllen. Wir brauchen jetzt ein paar Pfeile, die wir das Ganze da reinfüllen. Wir brauchen jetzt ein paar Pfeile. Jetzt werden wir das Ganze da reinfüllen. Wir brauchen jetzt ein paar Pfeile. Das sind so viele Pfeile. Manchmal denkt man ja, wenn man das ein bisschen überschauen kann, sehen wir, dass ich hier reinfüllen kann. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.